Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren unglaublichen Ausgabe des Flashchecks. Heute mit dem wohl übelsten Titel. Vor allem in politischer Hinsicht. Obama in the Dark 2. Help Obama rescue the Scooby-Doo Gang from the ghosts that inhabit a haunted mansion. Be careful not to fall into the traps of the evil souls. Also wir rennen mit Obama durch die Gegend oder so. Ich hab also mal wieder keine Ahnung Leute, was mich hier für eine komische, kranke, abgefahrene Kacke erwartet. Dieses Spiel entdeckt man immer nur irgendwie auf Newgrounds und dann passiert da halt irgendwas. Und man spielt sie und stellt sie auf YouTube vor und fragt sich warum. Und dann hängt übrigens hier plötzlich alles. Achso, gut, natürlich muss das Ganze noch laden. Oho, denn wir sind ja hier im... Boah, das ist natürlich so ein krasses Spiel. Das muss laden, ist ja klar. Ne, es soll gar nicht so ein krasser Trash sein. Das Spiel hat zwar aktuell nur 1000 Aufrufe und drei Sterne. Und drei Sterne ist eigentlich für Newgrounds jetzt nicht die schlechteste Wertung. Das ist schon eher so im positiveren Bereich. Deswegen schauen wir einfach mal. Well, after solving the mystery of the haunted house in my previous adventure, Obama in the dark. I didn't even need to call the Scooby Doo Gang to help me. Help me. Get me on the selfie. Fuck your mom and then kill everyone a selfie. Yo, I'm wrapping some shit together. And what was that? Oh no, a leather. And there's a house. And the Scooby Doo Gang, they get kicked in. Oh no. A fan. It's my fan. A fan from the... Decatur Zone. And I don't mean a fan, but a fan that blows wind. Yo. Was das genau jetzt werden soll, weiß ich nicht. Ist irgendwie so ein Click Adventure. Ich werde die Aufnahme alleine wegen dem Rap gerade eben hochladen. Kein Scheiß. Also ich kann auch auf Deutsch nicht so natürlich gut freestylen und ende irgendwie... Ach guck mal hier. Guck was was ich da denke. Ähm. Ende irgendwie immer darin, dass ich irgendwie über's Mutter ficken rapp. Aber in dem Fall, warum denn auch nicht? Ne? Was wird denn das jetzt hier genau? Ach komm, ich möchte das hier eigentlich gerade gar nicht die ganze Zeit... Was kann ich hier denn machen? Hallo? Hallo? Escape? Was passiert mit dem Escape? Ich hätte mir vielleicht, äh, das am Anfang bisschen genauer durchlesen sollen. Nur bisschen, ne? Hallo? Was kann ich hier so machen? Ich klicke mal einfach alle Tasten durch, die mir zur Verfügung stehen, ne? Werdtaste. Alt Saturday, Shift. Irgendwas muss hier doch irgendwo passieren oder? Gut, ich bleibe auch mal hier in der Mitte. Kann ich hier denn irgendwas machen? Aki, ach guck mal, jetzt funktioniert alles. Schön. Das kann ich doch mal einfach nehmen, oder? Oder liegt der da rum? Oh ja, zeig mir dein Poppes. Ey, schöne Animationen tatsächlich. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an... Also ist natürlich jetzt ein richtig heftiger Vergleich. Aber so vom Humor her und allem drumherum an klassische LucasArts Adventures. Weil einfach, das ist irgendwie nett gerade. Kann ich mit dem reden? Nee. Aber ist einfach irgendwie, wie ganz will... Kann ich den Busch nicht auch? Den sollte ich doch irgendwie anfassen können, oder? Ach nee, guck mal, hier kann ich irgendwas machen. This poker has a hook at the end. Und das kombiniere ich dann einfach mit dem Schlüssel. Wir spielen hier tatsächlich ein klassisches Adventure, meine lieben Freunde. Ja? Mit Obama in der Hauptrolle, der die Scooby-Doo-Gang retten muss. Was für eine geile Story ist das denn, bitteschön. Kann ich damit aufschließen? I think this key is not for that padlock. Okay. Aber für, äh, hier bestimmt für die Karre, denke ich mal. For the Mystery Machine. Ach, guck mal an. Und da drin finden wir eine Box. Und in der Box finden wir, äh, was? Open. Ja, natürlich gleich eine komplette Ausrüstung für alles drum und dran. Äh, ich denke mal, dass man hiermit das vielleicht aufschneiden kann. Ich probier's mal. Das sieht nicht eher so aus wie... Aha, mhm, mhm, mhm. Vielleicht kann ich hier irgendwas raus... Nee, warte, Heckenschere. Heckenschere sieht gut aus. Machen wir das mal weg. Und dann gibt's da bestimmt ein Loch, wo er uns reinführt, oder so. Oder irgendwas anderes. Was ist das? Ein Medaillon. So, das setzen wir dann hier unten ein und damit landen wir. Ich bin heute echt schlau aufgelegt, ne? Passiert sehr selten, dass ich mal so Gedankesblitze habe. Und dabei hab ich heute schon echt viel aufgenommen, ja? Und trotzdem lege ich hier so gut auf die Kette. Die Musik ist übrigens das Einzige, was mich so ein bisschen stört. Klar soll die irgendwie gruselig sein. Aber, äh, ich, äh, empfinde sie gerade eben als sehr, sehr anstrengend. Jetzt lass mal gucken. Gibt's hier irgendwas? Ich glaube doch kaum. Da liegt schon wieder ein Schlüssel auf dem Bett. Aber, glaub ich, auch irgendein Geist oder sowas. Also irgendwas stoppt ihn davon, diesen Schlüssel anzufassen. Da unten liegt aber auch irgendwas rum unter dem Bett. Ein Seil. Klasse, kann man sich direkt erhängen. Ist natürlich super. Kann ich damit vielleicht irgendwas veranstalten? Den Schlüssel irgendwie rausziehen? Aber mir juckt heute echt immer die Nase so nebenbei. Das ist einfach, wenn man lang aufnimmt, ja? Dann geht das voll, voll auf die Nasenschleim heute. Übel. Ein... Jetzt, Moment mal. Oh, ja. Oh, fast, fast so groß wie Obamas Nase. Oder Ohren. Das sind meine Juckreize gerade eben. Lecker. Übrigens funktioniert meine Aufnahme wieder richtig, wie ihr das bemerkt habt. Ist schön. Ich hab da bitte Leute vom Aufnahmeprogramm geschrieben. Gab eine ganz, ganz einfache Lösung. A Piece of Paper. Also wir werden das natürlich nicht durchspielen. Ich hab das Gefühl, das dauert ein bisschen länger. Und ist tatsächlich ein Spiel, das qualitativ gar nicht mal so minderwertig ist bisher. Klar, Grafik ist ein bisschen Paint-mäßig so lala. Aber da ist ein Labyrinth. Und was ist das? Sympathisch. Es ist immer mal schön, wenn man einfach den Versuch startet, alles mit allem zu kombinieren. Hier ist übrigens auch irgendwie ein Blatt Papier. Wenn du dich befestigt bist, nicht vergessen, dass du Likör zu den Minern geben kannst und zurückgegeben kannst, was ihnen zu ihnen gehört. Okay, also Likör sollen wir irgendwo hingeben oder so, zu den Minenarbeitern. Und den Göttern sollen wir das geben, was ihnen gehört oder so. Wenn ich das jetzt gerade eben frei aus dem Kopf noch übersetzt habe. Das ist echt, Alter, wie viel... Da kann man die Hände vielleicht draufpacken. Geht das? Oder irgendwas hier mit... Was ist das denn da oben? Irgendwie so... Na, das ist einfach ganz schön. Wenn ich mich vielleicht mal irgendwo erhängen... Ich würde mich mal ganz gerne einfach... Also nicht, dass ich jetzt Obama hängen sehen will. Das wäre ein bisschen ein hartes politisches Statement von meiner Seite aus. Aber... Gräber, na klasse. Kann ich da nicht vielleicht irgendeins aufschaufeln? Boah, die Mucke, ey. Ganz klarer Minuspunkt. Krass, wie das nervt. Ich stelle das jetzt einfach mal komplett leise hier. So, dass ich die nur noch ganz, ganz leise höre. Da lausche ich echt lieber meiner eigenen, widerlichen, hässlichen, kratzigen Stimme, als mir hier die ganze Zeit diese Kacke reinzusehen. Was? Ich kann ja auch gerade eben aktuell... Das sieht doch gut aus. Und darin finde ich... Ach, natürlich, die Schaufel zerbricht natürlich gleich, wenn man sie mal benutzt. Aber wir haben einen Diamant gefunden. Wie auch immer wir den kombinieren wollen. Vielleicht können wir hier das irgendwo einsetzen. Also Diamant wäre ja vielleicht was, was man den Göttern zurückgibt. Ich kombiniere einfach mal wild durch die Gegend, ne? Ihr werdet es mir sicherlich nicht übel nehmen. Denn irgendwie... Äh... Müssen wir ja hier weiter durch die Gegend kommen. Vielleicht mal gucken. Können wir vielleicht schon in das Haus reingehen? Überall hängen diese Skelette durch die Gegend. The main door. It's locked. Oh mein Gott, was für eine Überraschung. Es ist tatsächlich verschlossen. Also mit den Hintergründen hätte man sich meiner Ansicht nach noch ein bisschen mehr Mühe geben können. Ja, der Obama sieht schon ganz nett aus. Aber ansonsten... We shouldn't take it with us. Wieso, wie? Wir sind alleine. Du bist allein. Is missing from the sword? Ich denke mal, das wird der Diamant sein. Hallo? Oder auch nicht. Ja, rede doch mal mit dem... Mann. Oh, guck mal, das kann man ja lesen. Heute habe ich einen mysteriösen Button gefunden. Just when I was pronging the bushes located to the right side of the devilish statue. The one who seemed to spit blood. But I'll never forget the day I lost my red blanket. The very one my mom gave to me on the deathbed. I won't be able to rest in peace until it harbors me in my dreams. Äh, okay. Also irgendwo gibt's nochmal irgendeine Hecke zu bearbeiten. Neben der Statue, die so aussieht, als würde sie Blut spucken. Äh, ein krasses Ding ist das das hier vielleicht. Mal gucken. Ich probier mal einfach rum. Ich glaub, das war sogar richtig. Ey, absoluter Vollprofi hier, ne? Mal ganz ohne Scheiß. Was? Was ist denn da jetzt los? Das ist der Button, den wir da jetzt gepresst haben. Der da irgendwie mitten im Gäst drin war. Äh... Was mach ich denn jetzt da? Sowas vielleicht? Ne, mal im Ernst. Was mach ich jetzt da? Was soll das? Was, was, Henker, soll ich da jetzt veranstalten? Kann ich vielleicht noch mehr irgendwie hier mit... Das scheint alles irgendwie mit den Hecken zu passen? Ich hab keinen Plan. Vielleicht kann man irgendwo irgendwas finden, was, äh... Schwierig. Zieht schon gerade eben ein bisschen an der Schwierigkeitsgrad. Also wie gesagt, wir werden uns das Spiel noch nicht ewig anschauen. Dafür hab ich heute gar nicht mehr die Muße. Aber der Flashcheck dient ja immer dazu, euch ein neues Spiel vorzustellen. Und der wird natürlich regelmäßig durchgezogen. Also da findet man schon mal nix. Das ist nicht der richtige Weg. Das Gefühl, wir haben hier bisher noch irgendwas verpennt. Das ist ja noch eine Notiz, ne? Die haben wir aber schon gelesen. Don't forget, give away... Hm. Hm, 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 hm. Vielleicht... Mir kommt gerade eben so eine kleine Idee. Kann man diesen Diamanten... hier opfern. Hallo? Hallo? Oh. Wie mir das auf den Sack geht, wenn man in solchen... Kann ich das vielleicht einfach nochmal? Ne, kann ich nicht. Mir geht das echt... Ich hasse das so, wenn man nicht weiterkommt. In Adventures. Das ist auch der Grund, warum ich eigentlich großteils keine Adventures spiele. Weil ich das echt nicht leiden kann. Achso, wahrscheinlich muss ich das hier machen. Warum... Warum sollte ein Yellow Blanket nicht wirken? Hä? Gibt's da drin vielleicht noch irgendwas zu holen? It's long. Ach, ich hab mich doch... Scheitern. Ah. Ist das ein Gnerve. Ja, jetzt kommen schon wieder die ganzen Kommentare rein. Von wegen so hier und da. Alter, sag mal, kannst du dich mal richtig... richtig anstrengen hier? Es geht mir so auf den Sack, dass du nichts auf... auf der Kappe hast. Ja, du bist so... ein unglaublich dummer, dummer Mensch, weil du absolut nichts kannst. Immer, immer... Immer dieser Hass. Kann ich vielleicht irgendwas kombinieren? La, la, la. La, la, la. Ich bin Kedos. Ich kombiniere wild durch die Gegend, weil das war schon immer mein Hobby. Wohin ist die Frage? Wohin? Oh, ey. So langsam... Vor allem, vor allem die Mucke macht's mir so unmöglich, hier irgendwas Gescheites auf die Kette zu bekommen. Und wie man sieht, äh, gehe ich hier auch mit der krassesten Logik vor, die man überhaupt noch haben kann. Ich könnte mir höchstens noch irgendwas damit vorstellen, aber... Was, was... Was bedeuten diese Kartensymbole? Wir haben keine Karten. Ach, Obama. Wer ist denn nur beim Präsidententum geblieben? Kann ich das nicht irgendwie einschlagen? Sag mal, das muss ich mal nicht so Pussy-mäßig hier verhalten, finde ich. Warum sollten wir das nicht mitnehmen? Und immer wieder von Neuem. Muss man kontrollieren, ob es noch irgendwo irgendwas zu sehen gibt. Aber ich vermute, meine lieben Freunde, äh, da bin ich tatsächlich auf dem Schlauch. Wie gesagt, es ist spät. Ich habe heute schon sehr, sehr viel aufgenommen und ich vermute, das wird, äh, hier zu keinem guten Ende mehr führen. Und genau deswegen beende ich an dieser Stelle auch die Aufnahme von Obama in the Dark 2. Äh, äh, ein, ein, äh, Titel, der... Naja. Nettes Adventure. Irgendwie undurchsichtig ab dem Punkt jetzt. Grafik so lala. Ich gebe mal an dieser Stelle 6 von 10 Punkten. Ja, eigentlich wären es 5 von 10, aber für den Humor mit Obama und der Scooby-Doo Gang gibt es 6 von 10 Punkte. Das war's von meiner Seite aus. Ich bin gerade irgendwie total verwirrt. Schreibt mir eure Meinung zum Spiel und eure Wertung wie immer in die Kommentare. Das habt ihr bei den letzten Ausgaben übrigens super hinbekommen. Und ich bin auch allgemein sehr froh darüber, dass der Flash-Check auf dem Kanal immer noch so viel Beachtung findet. Deswegen natürlich weiterhin richtig heftig den Daumen nach oben drücken. Oder auch nach unten, wenn es sich absolut nicht gepasst hat. Und so weiter und so fort. Das war Obama in the Dark 2. Wer es selbst ausprobieren möchte, der Link steht wie immer in der Beschreibung. Und, äh, dann sage ich zum Abschluss. Yes, we can. Go to bed. Das werde ich, äh, hoffentlich gleich machen. Tschüsschen. Tau. Donner. Bis zum nächsten Mal.